hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder mit dabei seid in diesem video geht es mal wieder um den smart home deal des tages genauer gesagt geht es heute um ein led strip den ihr für euer philips u system einsetzen könnt mit sigby standard es geht um den drei meter led strip von tint müllerlicht den gibt es heute anstelle von 50 euro für 39 euro 22 prozent günstiger das ist extrem günstig so gut war das ding noch nie im deal und im sinne der amazon pre black friday deals gibt es natürlich jeden tag zahlreiche deals aus der smart home und technik welt ich versuche immer wie das bei mir kennt euch immer auf dem laufenden zu halten was diese deals angeht dass ihr schön viel bei technik und smart home artikeln sparen könnt den link zu diesem deal habe ich euch selbstverständlich einmal in die infobox gestellt dort gibt es auch noch mal alle technischen details für euch von daher wenn ihr den deal ausnutzen wollt dann tut das definitiv und seid schnell ich weiß wie immer nicht wie lange der deal online ist beziehungsweise in dem fall wie lange tint den deal online lässt drei meter strip von tint müllerlicht ist das perfekte ergänzungsstück für jedes sigby fähiges smart lightning system und da spreche ich unter anderem natürlich von philips hue meines erachtens dem bekanntesten smart lightning system mit dem sigby standard aber natürlich auch von osram lightify und wer es natürlich auch nutzt den sigby hubs in den amazon eco geräten denn auch hier könnt ihr selbstverständlich diesen sigby fähigen strip direkt einspeichern was ganz besonders viel spaß macht ist tatsächlich dann die kopplung bei philips hue denn hier arbeitet tint müllerlicht absolut nahtlos das heißt ihr könnt diesen light strip hier perfekt einbinden und dafür spricht auch absolut die qualität wenn ihr den light strip euch einmal genau anschaut ist dieser wirklich sehr sehr gut verarbeitet so wie die anderen müllerlicht produkte haben wir hier wirklich ein sehr hochwertiges produkt gerade in der farbwiedergabe bin ich absolut begeistert und sehr großer fan von den müllerlicht produkten wenn ihr die so wie ich dann auch in symbiose mit den philips hue produkten im einsatz habt dann könnt ihr einseitige farbschemen erstellen und ihr merkt keinen unterschied das macht sehr viel spaß und das ist vor allen dingen dann auch für das gesamtbild absolut perfekt ich persönlich habe super viele philips hue light strip plus im einsatz und natürlich ist das so ein kostenfaktor extrem teuer aber man bekommt natürlich und das muss man auch immer dazu sagen etwas gutes für sein geld hier habt ihr tatsächlich aber ein pendant für mit drei meter länge für verhältnismäßig sehr wenig geld welches ist unfassbar nah auch mit dem original philips hue light strip aufnehmen kann und dadurch dass es sich ladlos ins system einbinden lässt auch wirklich keinen unterschied mehr macht von daher wenn ihr günstig euer philips hue system erweitern möchtet mit einem light strip dann nutzt dieses angebot tatsächlich aus kann ich nur jedem empfehlen drei meter länge ist sehr sehr schön top länge die ihr selbstverständlich auch kürzen könnt von daher die link zum deal wie gesagt einmal für euch in der infobox den light strip gibt es heute 22 prozent günstiger standardmäßig kostet der 50 euro heute wieder zu haben für 39 euro von daher seite definitiv schnell wenn ihr fragen zum light strip habe gerne einfach einmal alles in die kommentare schreiben ich versuche natürlich wie ihr das von mir kennt alles so schnell wie möglich für euch zu beantworten dass ihr diesen deal noch rechtzeitig wahrnehmen können bis dahin würde ich mich unfassbar freuen wenn euch das video gefallen hat wenn ihr dem video einen daumen hoch da lasst gerne auch ein abo da lassen dann seid ihr natürlich immer auf dem aktuellsten stand bis dahin wünsche ich euch alles alles gute passt gut auf euch auf bleibt gesund und bleibt natürlich smart macht's gut leute bis zum nächsten video ciao und und Bis zum nächsten Mal.